Wir haben mich nicht reingelassen! Das kann doch nicht sein! Was muss ich nicht machen? Mann! Ich lasse die Sympathie bei den reichen Schlöseln zum Affen machen lassen! Mann! Sie haben mich nicht reingelassen! Das ist gut! Und du bist dir ganz sicher? In der neunten Woche! Scheiße! Und das ist kein Scherz? Hab ich... schon scheiße gesagt? Ja! Scheiße! Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ich weiß echt nicht, was ich tun soll! Hey! Was ist los da? Wir kommen gleich zu euch! Tschüss! Was ist blieelas! Okay! Ich bin早den! Ja! Ich bin obserw grips-